Vito Camino Park, Super Mahal. 20 am Tag und wenn man Dauerparken macht, 10. Und da ist aber keiner, wo ich es kaufen kann. Das ist ja ein Unterschied, oder? Ja. Das ist so tricky, Roby. Du musst nicht klettern. Guck! Musik 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 Die Toilette! Die Toilette. Und die Shower Room. Sie können hier sein. Die Master Bedroom hier. Die Master Bedroom ist gut. Die Lagerung. Die Master Bedroom ist auch. Die Balkon. Das ist die Balkon. Hier gibt es die Wohnung. Hier gibt es die Art 그만 . Das ist die Aboveủ. Das ist die delle graveyard. Hier ist die expansive ... Dafür noch das .... Das ist's Dinos. Das ist ein Dinos. Also das ist die dasun permis. Das ist hier. 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 Oh, wir sind Glück. Wir haben eine sehr gute ... Ja, aber ganz tief. Das ist nicht gut für die Kinder. Wenn du Kinder nicht gut, ist es hier für die Kinder zu leben. Das ist hier nicht auf der Balkonung. Das ist hier. Wir sind hier. Das ist 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 die Kitschern. Das ist die Kitschern. Das ist hier. Hallo, Cheeky-Dudes. Wir haben in unserer Apartment. Das ist die Kitschern. Die Kitschern. Die Kitschern. Das ist auf dem Hand auf dem domff, Ja, besser so, wir müssen nicht alle untertauschen, hast du nicht mit genug? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben uns wieder. Bye! Bye, Bar! Wir sind hier in der Stadt. Wir sind 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 sehr weit. Wir sind hier in der Stadt. So, hier sind die Chikidudes. Hey Alex! Alex, bitte! Krimi! Wir sind hier in der Stadt. Wir sind hier in der Stadt. Wir sind hier in der Stadt. Alex, wir sind hier. Hallo Chikidudi! Schreie! Was ist das? Was ist das? Und Robi? Robi! Was ist das? Zeig mal. Wie war das? Mama. Was? Was ist das? Ich bin hier. Oh, wie ist das? Das ist Krimi. Ich bin hier. Das ist das CIP hier, mga Chikidudes. Das ist die CIP. Die CIP bar. Da sind wir. Kaya, let's start. 10.30 Uhr, mga chiquidudes. Kaya, wir sind weg von der Apartment. Das ist das, die wir auf der Apartment. Es ist wirklich weit entfernt. Good morning, mga chiquidudes! Oh, ich habe nur gewohnt. So, wala si Arn, at si Alex. Lumaba sila, namili sila ng breakfast for breakfast. Please, I'm trying my best na mator ko kayo sa apartment na inisplihan namin. Kaya, dahil nakaligising ko lang, I take this opportunity na mabidyohan yung morning routine at saan kami natutulog. So, ayan. Itaas natin yung... Itaas natin siya. Ayan yung mga chiquidudes. O, di ba bangga? Saan kami nag-stay at this moment? We are not so far sa beach. It's like five minutes walk lang kami. Kung gusto namin pumunta on that side. But usually, either more far sa right side or more here, more left side kami pumupunta. Kasi, pag dito kami, crowded siya. Marami siyang tao. Kasi nga, direct nga saya sa mga apartment, mga hotels. Hotel din kasi din yan eh. So, yung mga tao, bumiret siya na dyan. So, ayaw namin yung... Ano kami? Yung... Mag... Ano kami sa mga tao, makihalubilo. So, kaya kami, pumupunta kami, more far walk kami doon sa left or other side. Kaya, ayan. So, ayan yung view namin. Morning, ano kami? Ano dito? Walang araw dito. Kasi, dalawang balkon ito, mga chikidoods ay. Malaki itong apartment na inistihan namin this time. Super lucky nga ah. Compare that, three days na testing na punta namin dito. So, ayan yung kalat pa kasi kagigisin ko lang kahapon o ano kami, whole day kami sa labas. So, that's the bed kung saan kami natutulog. Shunk bed siya, tinatawag dito sa Germany. Yung para siyang... Ano? Para siyang, ang tawag nyan. Basta yan siya. Wait. I-setup ko lang yung camera. So, ayan mga chikidoods, i-close na natin. Walay! Ayan. Ayan. Yung mga chikidoods, maganda yung panahon dito sa island. So, we plan na mag-stay all day sa beach. Tapos mag-ano ako, magluto pa ako para baunin na. Walang passcode na doon na banda eh. Meron man, mahal na siya. So, ditong area sana, sa front namin, sa front beach, maraming passcode na affordable ah. Kaso lang, ayaw namin dyan na side kasi ang daming tao. Direct kasi siya sa mga apartments, mga hotel. Kaya, crowded siya na, kaya naglalakad pa kami ng mga ilang kilometro. Para masolo namin yung ano. Hindi naman masolo, pero at least, hindi ganun ka-crowded, hindi ganun ka daming tao. Kaya ayan. Yung mga chikidoods, na-prepare na akong ng food namin para dadarin sa dagat mamaya. So, nagawa ako ng pasta na naman. Penning pasta. With, um, spinach, at saka, beef. Tapos, this moment, linagay ko na siya sa back oven. Look. Cheese. Kaso lang mga chikidoods, hindi ko, wala akong time na magvideo nung ginawa ko siya. Kaya, yung ano na lang, oh. Ayan, masarap siya. Yan ang mga bao na. Sabi siya kami magla-lunch ng mga kiddos. Tapos, magdala na lang kami ng drinks, salad, bread. Ayan. Mga chikidoods, bye! Sa hindi pa nagsasubscribe, please subscribe to our YouTube channel, Ky and Kiddos. Bye! Thank you for watching! tatirik! Joel Ooo köt patients Bye! Bye! See you! Bye! Bye! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.